Eintracht Frankfurt wird für einige Zeit auf Aurel Amenda verzichten müssen. Der Verteidiger hat, wie vom Verein mitgeteilt, eine Verletzung des Sündes-Mosebandes erlitten und wird sich einer Operation unterziehen, die für diesen Mittwoch geplant ist. Amenda, der vor kurzem sein erstes Länderspiel für die Schweizer Nationalmannschaft in einem Unentschieden von 1 zu 1 gegen Serbien bestritt, kehrte mit Schmerzen nach Frankfurt zurück. Der Spieler, der von den Young Boys Bern verpflichtet wurde, hat in dieser Saison bereits acht Pflichtspiele für Eintracht bestritten. Aber nur eines davon über die vollen 90 Minuten absolviert. Auf der anderen Seite wird Eintracht Frankfurt Schwierigkeiten haben, seine Mannschaft für das nächste Bundesligaspiel am kommenden Samstag gegen Werder Bremen aufzustellen. Neben Aurel Amenda, der sich einer Operation unterziehen wird, könnte der Klub auch auf den Linksverteidiger Arthur Theate und den Mittelfeldspieler Hugo Larsen verzichten müssen. Beide nehmen derzeit nicht am Training teil. Larsen hat weiterhin Schmerzen in den Oberschenkelmuskeln und Theate wurde vor kurzem aufgrund von Gesundheitsproblemen aus der belgischen Nationalmannschaft gestrichen. Es ist noch unklar, ob sie rechtzeitig für das Spiel am Samstag wieder einsatzbereit sein werden. Eintracht Frankfurt Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.